Herr Gottschalk, AfD-Fraktion, Herr Sorg. Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, verehrte Gäste, Frau Esther, Sie haben es ja schon vorgemacht, wo so die Schwerpunkte Ihrer Politik liegen. Heute diskutieren wir also das Gesetz zur Förderung der Elektromobilität und sonstiger steuerlicher Anpassung, kurz Jahressteuergesetz 2019. Ich nenne es, Entschuldigung, Herr Kollege Lindh, das Ökoermächtigungsgesetz oder die totale Kapitulation der Ratio. Es knüpft nahtlos an das blumige Jahressteuergesetz 2018 an, ebenfalls an das Placebo-Familienentlastungsgesetz. Herr Steininger, Unwahrheiten werden nicht dadurch wahrer, dass Sie sie pausenlos wiederholen. Sie haben nicht entlastet, sondern Sie hatten damals Familien davor bewahrt, weiter belastet zu werden. Sie haben den Status erhalten und haben sich damit auch hier wieder einer kleinen Lüge, mal wieder des Überführenswert, schuldig gemacht. In Wahrheit ist es aber ein Klassenkampf, der von der CDU übernommen wird und durch die nun linksdrehenden Politfraktionen der neuen Blockparteien hier im Hause mit dem neuen Fetisch Klimawahn abgelöst wird. Nichts anderes betreiben Sie hier und dafür instrumentalisieren Sie nun auch noch kaltblütig die deutsche Steuerpolitik. Jede Rationalität wird über Bord geworfen, nur um es den Ökopopulisten, die ja hier sitzen, Herr Hofreiter, Sie sind ja deren Anführer, recht zu machen und der kreischenden Greta und ihrer Entourage sozusagen anbiedernd entgegenzukriechen. Beispiel gefällig aus diesem Steuergesetz, § 6 Absatz 1 Nummer 4, Hybridfahrzeuge mit einer Reichweite von 60 Kilometern werden weiterhin bis zum 31.12.2024 mit der halben Bemessungsgrundlage gefördert. Ab 01.01.2025 bis 30 dann sogar, wenn Sie üppige 80 Kilometer fahren. Jeder weiß, sogar der Bayerische Rundfunk inzwischen, dass ein Ökofahrzeug, hier können Sie es nachlesen, ein Elektrofahrzeug oder ein Hybrid mehr Feinstaub in der Herstellung produziert als jeder Diesel. Und wenn Sie dann noch die 150.000 Kilometer zugrunde legen, die hier genannt werden, Sie sind aufgefordert, das zu legen, ist auch dort der Diesel, den Sie gerade kaputt machen wollen, das bessere Fahrzeug, meine Damen und Herren. Tja, und andererseits, da kommt die Heuchelei der SPD insbesondere zutage, die Pendlerpauschale. Die fleißigen Menschen werden bestraft seit 2004, und ich werde nicht müde, es Ihnen hier zu sagen, wird diese Pendlerpauschale nicht angepasst. Jeden Tag pendeln fleißige Menschen, die übrigens, das sei auch mal hier, den Mietdruck aus den Metropolen heraushalten, den Sie mit Ihrer vermurksten Politik ermöglichen. Diese Pendler werden seit 2004 systematisch bestraft, denn weiterhin ist diese Pendlerpauschale bei 30 Cent pro gefahrenen Kilometer. Darum fordern wir als AfD in unserem Entschließungsantrag eine Anpassung auf 40 Cent pro gefahrenen Kilometer, und das ist auch nur gerecht so, meine Damen und Herren. Und anders als die Serviceopposition haben wir diese Zahlen bei uns im Ausschuss, ich habe sie mir nicht ausgedacht, ich habe sie aus den Statistiken abgeleitet. Im Jahre 2003 lag der Preis für den Liter Superbenzin bei 1,09 Euro, bringen Sie sich das ein, 1,09 Euro. Heute liegt er durchschnittlich mit steigender Tendenz bei 1,43 Euro, meine Damen und Herren. Das ist ein über 30-prozentiger Anstieg, wer hier noch Kopf rechnen kann, na, bei der Linken, da weiß ich das jetzt nicht, das sind ungefähr dann 40 Cent. Und war wir wahrscheinlich bei Ihrer Motivation wieder 15 Jahre auf die nächste Erhöhung waren, ist das völlig korrekt, was wir hier beantragen, meine Damen und Herren. Und schauen wir uns auch mal an, und auch das ist heuchlerisch, wie sich die Steuer jetzt schon zusammensetzt. Da haben wir die Energiesteuer, da haben wir die Mehrwertsteuer, da haben wir die Ökosteuer und noch vieles mehr, was der Autofahrer jetzt schon bezahlt. Und nach den Berechnungen des AVDs gehen bei einem Preis sogar von 1,55 pro Liter 90,7 Cent an diesen gierigen Staat. Sie erinnern sich noch, wie ich GroKo definiert habe. Meine Damen und Herren, Sie wollen mir also sagen, bei diesem Steueranteil können Sie die Pendlerpauschale nicht erhöhen. Schämen Sie sich was, meine Damen und Herren. Und vielleicht auch noch mal zum Hinter-die-Ohren-Schreiben, vielleicht verstehen Sie es, wenn Sie es sich dann aufschreiben. Meine Damen und Herren, der Beschäftigten, die außerhalb Ihres Kreises pendeln, dieser Anteil macht 39 Prozent der arbeitenden Bevölkerung aus. Das sind 12,8 Millionen Menschen, die Sie seit 2004 systematisch benachteiligen. Und da schlägt Ihr großes Herz, liebe SPD. Und deshalb erodieren Sie weiter, und ich hoffe, irgendwann scheutern Sie dann endgültig an der 5-Prozent-Klausel. Lassen Sie mich also an dieser Stelle zusammenfassen. Atomausstieg, wir haben die höchsten Stromkosten in Deutschland. Braunkohleausstieg, Lausitz, NRW wird wieder benachteiligt, Steinkohleausstieg. Und jetzt auch noch mit Ihrer Planwirtschaft, der wahrscheinlich vorbereitete, das wird die grünenfreuen Ausstieg aus der Automobilwirtschaft. Meine Damen und Herren, und das ist nicht zum Lachen, Sie scheinen Spaß daran zu haben, ein ganzes Land unter dem Öko-Joch zu versklaven und seiner wirtschaftlichen Existenz zu berauben. Sie machen schon lange keine Politik mehr für das deutsche Volk, sondern führen unter dem ökologischen Vorwand einen Wirtschaftskrieg, ja und dazu stehe ich, einen Wirtschaftskrieg gegen die eigene aktive, produktive Bevölkerung. Strompreise, Gaspreise, Wasser, Müll, Miete seien dann nur genannt. Sie sollten sich alle schämen. Deshalb will meine AfD-Fraktion diesem Jahressteuergesetz nicht zustimmen. Ich bedanke mich.